So, wir nehmen einfach nochmal den Schacht. Lass uns einfach mal schauen. Lass uns einfach mal schauen. Das müsste sich dann ja theoretisch, also die Treppe, die müsste sich ja theoretisch dann hier auch irgendwo befinden. Also wir haben von oben gesehen, dass hier auch Androiden rumlaufen. Also sollten wir aufpassen, nicht entdeckt zu werden. Aber guck mal, hier gibt es noch einiges zu sammeln für uns. Also war es schon mal nicht verkehrt, sich hier unten nochmal umzuschauen. Zwei Leuchtfackeln, ja okay. Praktisch nur... Ja, hier war die Treppe. Ne, wo waren wir gerade oben? Wir schauen einfach mal. Wir gucken uns mal um. Nur, wäre natürlich bitter, wenn wir jetzt entdeckt werden. Deswegen sollten wir da aufpassen. Aber ich habe von oben da irgendjemanden stehen sehen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wo das war. Aber hier unten, das muss irgendwo hier gewesen sein, ne? Oder war das... Äh, weiter vorne. Vielleicht noch weiter vorne. Huch, warum leuchtet das da rot? Und warum kommt da roter Dampf raus? Was? Da ist er. Hm, da ist er. Ähm... Wir müssen in diesen langen Wegrichtung. Dann... Biete uns, wenn wir... Oh, nein! Jetzt hat er uns. Als ob. Ach, wir können kämpfen gegen den. Ich dachte, wir sind jetzt auf jeden Fall tot. Ja, ich will jetzt aber nicht... Was? Ja, jetzt kommt auch noch Hilfe! Okay, das bringt alles nix. Das bringt alles nix. Tschüss! No! Lass mich in Ruhe! Ich will hier weg! Lasst mich! Die laufen jetzt hier weg und verstecken uns schnell. Und dann scheiß auf die Seite. Geh da rein! Geh da rein! Und dann scheiß auf die linke Seite. Ich werde sie sowieso finden. Oh! Kommen Sie bitte raus! Was? Weißt du, dass wir hier drin sind? Nein, ne? Hau ab jetzt! Wegen Ihnen verschwende ich ferne... Ja, dann geh zurück arbeiten. Dann lass mich in Ruhe. Hau ab! Hau ab! Jetzt stehen die hier rechts auch noch, ne? Gehen die jetzt nicht mehr weg? Ich muss mit ihnen sprechen. Ich muss mit ihnen sprechen. Verlieren die jetzt nie wieder das Interesse? Sind wir jetzt geliefert, oder was? Ne, jetzt gehen sie wieder zurück, na? Ne, oder? Doch, der geht zurück, oder? Doch, doch. Okay. Aber was habe ich jetzt gemacht? Was? Okay. Ähm, boah, ich verdrück mich immer noch mit den Einstellungen, ne? Mit Karte und Inventar und sowas verdrück ich mich noch immer, ne? Gehen wir noch einmal hier hoch und gucken nur einmal, wo die Treppe hinführt. Und dann gehen wir direkt weiter. So, wir müssen... Oh nein, wo sind die? Haben die jetzt... Ne, okay, sie sind wieder da unten. Okay. Hier ist eine... Wo war die Treppe? Ja. Ähm, wir haben den Revolver ausgerüstet. Laden mal nach. Vorsicht, zahlbar. Wo sind wir jetzt hier schon wieder? Okay. Ja, war ja klar. Naja, war ja klar. Gut. Dann gehen wir jetzt den Weg, den wir, äh, ja, lang gehen sollen. Hoffe nur... ...dass uns der eine Spacken da jetzt nicht wieder erwischt. Ähm... Ah, da links gibt es halt bestimmt noch hundertprozentig irgendwas versteckt, ne? Aber... Ne, da war die Tür verschlossen. Stimmt, hatten wir ja gesehen. Okay, drauf geschissen. Wo ist der andere Spacken? Da. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht. Haben wir jetzt Zeit, dass... Was? Haben wir genug Zeit jetzt, oder? Uh. Bleibt ihr da stehen, oder bewegt ihr sich jetzt auch nochmal? Oh, ja klar. Das sollte er nicht sehen, oder? Ich weiß es nicht. Ah. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir sollten uns mal heilen. Wir sollten... Ah, schon wieder. Wir sollten uns vorsichtshal... Nein. Nein. Achso, doch. Wir könnten auch mal wieder eins herstellen. So ist es ja nicht. Basteln wir mal uns hier einen zusammen. Ähm, Medikit. Komm, gib ihm. Schwab. Okay. Okay. Ah, Revolver. Hier gibt es wieder Kästen zum Verstecken. Das bedeutet ja wohl stark... Das waren bestimmt nicht die letzten Androiden, ne? Das waren bestimmt nicht die letzten. Ja, ja. Hilfe brauche ich auch. Kann ich hier wieder normal laufen? Ja, da unten laufen sie wieder rum, ne? Ich meine da unten gerade wieder welche gesehen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich weiß jetzt auch nicht, was sich hier befindet. Wo geht's hier dann? Achso, das ist der Raum, ne? Ja. Da ist auch noch eine Versteckmöglichkeit. Das ist gut zu wissen. Ah, okay. Da hinten steht... Ja, ja, ja. Hier sind wir wieder. Okay, 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 okay. Viel aktualisiert. Reaktivieren sie Samuels Kommunikation. Machen wir. Wir versuchen zumindest. Haben wir hier noch irgendwas? Nöp, nöp, nöp. Nöp, nöp, nöp. Haben sich hier nicht gerade irgendwo welche bewegt? Okay, dann ganz offenbar nicht. Da habe ich mich wohl irgendwie verstaut. Ja, hier bewegt sich nichts zum Glück. Haben wir denn hier noch irgendwas, was sich... Nöp, da kommen wir nicht durch. Ich glaube, wir können hier wieder normal gehen. Tür bleibt nochmal bitte zu. Hä? Jetzt gibt es hier auch nochmal einen Weg. Okay. Dass hier bei dem Spiel echt immer... ...mehrere Wege zum Ziel führen müssen. Ich hasse es. Ich hasse es. So, hier können wir unsere Karte aktualisieren. Hier gibt es wieder einen Schacht. Der führt nach da. Wir müssen reaktivieren. Sie ist Samuels... Samuels... Na, 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 na. Probieren wir es. Das hier war die Tür, ne? Die wir gerade aufgemacht haben. Was ist das denn für ein Raum? Hier ist ja jetzt hier eingezeichnet. Okay, der war vor... Okay. Wollen wir den nicht durchsuchen? Nö, hier liegt ein toter Android. Warum das denn? Als ob. Als ob. Mängel entdeckt. Jetzt können wir den durch... Na schön. Warum gibt es immer Radius zum Ein- und Ausschalten? Verstehe ich auch noch nicht so ganz. So, nee. Das ist kein Schacht gewesen, den wir hier gesehen haben. Oder vielleicht doch. Oh, what the fuck? Woher soll ich das denn wissen? Wo jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Komm auf ihn. Philo, nein. Geh weg. Irgendwo verstecken. Oder kommt er überhaupt noch hinter uns her? Okay. Hat er... Hat er das Interesse jetzt schon an uns verloren? Ja, okay. Wir gehen jetzt hier durch. Und dann rechts durch die Tür. Was? Proben wieder herstellen. Ach, wir gehen jetzt Richtung grüner Punkt. Wir gehen jetzt Richtung grüner Punkt. Da muss ich echt aufpassen. Hier, irgendwie geht es bis jetzt in dem Spiel hier mehr um Achtung vor Menschen und Achtung vor Androiden als vor wirklichen Aliens. Aber ich habe die Befürchtung, ich brauche mich gar nicht beschweren. Das wird sich wahrscheinlich noch umso schneller ändern. Hallo, du solltest die Bindemittel mitnehmen, so. Gleich sind wir da. Hoffentlich ohne Besuch. Ja. Sie sind doch jetzt genau da. Hier. Richten Sie Ventile mit nach links, nach rechts aus. Bestätigen Sie mit Eingabe. Remove immediately. Woher soll ich das wissen, was ich hier machen muss? Hä? Was muss man hier machen? Gibt es hier irgendwo Hinweise darauf? Ja, was steht da? TRK 266. Aber sowas gibt es hier nicht, ne? Hm. Gibt es hier irgendwo Hinweise, was die richtige Kombination ist? Wir gucken uns nochmal um. Geil. EMP-Minen können wir herstellen. Was brauchen wir dafür? Oh, eine ganze Menge, ne? Hüß, drei Ladungspakete, zwei Sensoren und loih, loih, aber einen machen wir auf jeden Fall mal. Ah, dass wir wenigstens mal einen zur Hand haben davon. Und nein, hier sind schon wieder so Sensoren zum Einsammeln. Das ist schick, das ist schick. Neuverkabelung. Neuverkabelung. Alarmsystem. Machen wir mal aus. Ah. So, so. Beleuchtung, können wir ruhig anlassen. Kameras machen wir mal aus. Türzugriff machen wir an. Das lassen wir von mir aus auch an. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll war. Für mich hat sich das jetzt ziemlich sinnvoll angehört. Was haben wir hier noch Schönes? Okay, nur noch. Auch nur noch einen Raum. Ja, wo ein bisschen Handwerksmaterial rumliegt. Und dann kümmern wir uns jetzt nochmal um. Kümmern wir uns jetzt nochmal um das Terminal. Oh nein, was haben wir hier schon wieder? Muss ich natürlich auf den Grund gehen, ne? Das muss ich mir natürlich anschauen. Und wie ich mich kenne, laufen wir jetzt schon wieder direkt einem Androiden in die Arme, richtig? Nein. Aber wir sind jetzt... Hier, okay. Hier waren wir schon. Glaube ich zumindest. Wir gehen wieder zurück. Jetzt kümmern wir uns mal um das Terminal. Ich weiß halt echt nicht. Ich hab... Habe ich hier irgendwo... Hinweise darauf übersehen vielleicht? Kann man hier noch irgendwie... Die Computer sind alle abgedeckt. Die kann man nicht verwenden. Ach, guck mal, den... Waren wir hier schon drin? Nee, ne? Okay, das brauchen wir nicht überprüfen. Hier waren wir noch nicht, ne? Vorgang nicht gestattet... Oh, ey, ich hasse es. So, Q ist zurück. Das muss ich mir mal echt merken. Wer, äh... Fallgegeben, nicht gestattet. Audio. Hier spricht Weyland-Yutani-Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland-Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir sie darauf hinweisen, dass sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Weyland. Sehr gut. Und Zubehör? Ist auch wieder gar nichts. Na schön, na schön, na schön. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo einen Hinweis auf irgendwas? Was haben wir hier schönes? Türzugriff aktiv, Luftreinigung ist okay. Ja, das ist okay. Na gut. Ah, ihr seht mal hier. Schrott. Immer noch ein bisschen Schrott gefunden. So Terminal, jetzt bist du aber wirklich dran. Aber scheint ganz so, als hätte ich das gerade richtig gemacht, oder was? Hat von euch einer eine Ahnung, wie das funktioniert? Ich bin gerade halt einfach nur, ja, jeden Strich einmal durchgegangen und habe einfach auf Eingabe gedrückt. Aber, das kann ja so nicht richtig sein. Ach, stopp mal. Oh, bin ich dumm. Ja, bin ich dumm. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Was? Das sah doch gerade hier noch anders aus. Was? Drücken Sie die passenden Tasten bewegen, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Achso. Ne, warte mal. Okay, 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 okay. Und der letzte, ja, den hatten wir irgendwie markierte Ventile mit Tastenbewegung. Und dann, achso, bei dem weißen anhalten, erst der Name, erst die linke Zahl. Immer bei dem weißen, oder was? Ja, die sind ja markiert, ne? Stopp. War das falsch? Oder war das richtig? Stopp, nicht so schnell. Was? Was? Ich habe jetzt einfach mal immer versucht, Eingabe zu drücken. Wenn, ja, in dem, in dem, hier, in dem weißen, hier, das, der drin ist. Notfallüberbrückung. War das richtig? Samuels, sie leben, Ripley hier. Hey, Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht, wir dachten. Hast geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seaxen hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich, das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Sie haben es gesehen, Samuels. Seaxen hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur, sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine, eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann Sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln. Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitkundel. Unbefugte Kommunikation. Möchten Sie zurück durch Siegens Communication? Okay, wo lang, wo lang, wo lang? What the fuck? Okay, gerade durch. Müssen wir uns jetzt echt beeilen, oder was? Oh, krass. Ja, toll. Und nun? Durch den Schacht. Die kommen nicht durch den Schacht, oder? Schacht. Schneller. Kommen die mit durch den Schacht? Ich hoffe nicht. Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, das ist gut. Ich hoffe, das ist gut. Wir sollten vielleicht noch einmal ein Medikit benutzen. Nein, nicht immer draufklicken. So. Okay. Was? Hä? Was? Ich wollte eigentlich hier... Ich wollte eigentlich hier oben rauskommen. Sind die Androiden jetzt wenigstens weg? Sind die jetzt weg? Sieht gut aus. Errungenschaft freigeschaltet ohne Kratzer? Wir sind noch lange nicht durch. Ähm... Die Tür ist immer noch verschlossen. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon zu dem Zeitpunkt... die Türen offen haben sollen, könnte, tun, wollen, würden, aber... Hier ist kürzer, ne? Komm, wir gehen mal hier lang. Und dann rechts hoch und raus. Ja, 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 ja. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Da steht einer, da steht einer. Oh nein, oh nein, oh nein. Der liegt uns nicht. Ich steige jetzt einfach mal hier lang. Mal gucken, was passiert. Bis jetzt kommen wir ganz gut durch. Eigentlich. Ja, ja, ja. Und dann müssen wir uns links halten, oder? Müssen wir uns links halten? Ja. Links und dann die Treppe. Die Treppe und dann einfach nur noch geradeaus eigentlich. Ach, nee, dann kommen wir wieder in diese große Kommandozentrale, ne? Dies ist die Kommunikationszentrale. Zutritt nur für Siegsen-Personal. Ja, 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 ja. Ich will hier auch eigentlich gar nicht sein, wenn ich ehrlich bin. Bleib du mal schön da. Dann können wir nämlich hier schön lang, ohne entdeckt zu werden. Sieht ihr uns, wenn wir hier lang gehen? Eigentlich dürft ihr uns nicht sehen, ne? Ach, komm. Ja, was weiß ich? Hm. Ja, und nun? Ach, fuck. Wir rennen. Wir rennen. Und schnell hier rein. Schnell hier rein. Schnell hier rein. Hau halt ab. Hau halt ab. Hau halt ab. Und du, geh hier rein. Geh hier rein. Ey. Glitter hier hoch. What the fuck, ey? Hoch, wir sind hier richtig. Wir mussten sogar hoch. Ja, cool. Schneller. Scheiß drauf. Nein, wir sind hier nicht richtig. Nein, wir müssen doch runter. Nein, fuck. Okay. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Hier könnten wir uns verstecken. Hier müssen wir hin, ne? Ich hoffe. Eigentlich schon, ja. Flüchten Sie durch Siegens Kommunikation. War das richtig? Kann man nicht mal irgendwo speichern? Oh Gott, da hinten müssen wir hin. Okay, dann haben wir es geschafft. Die Tür ist offen. Da kommen wir lang. Ich weiß nicht, wohin uns der Schacht bringt. Sind hier noch... Sind hier noch Androiden? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit sind hier noch irgendwo Androiden unterwegs. Gibt es hier nicht... Stopp mal. Was bedeuten noch mal diese Vierecke? Neuverkabelung. Die wollte ich jetzt eigentlich mal finden. Kann man das Alarmsystem dadurch nicht ausschalten? Wahrscheinlich nicht. Komm, scheit egal. Wir versuchen jetzt schnell hier durchzukommen. Irgendwie. Und runter und dann rechts halten. Runter und dann rechts halten. Aber bis jetzt sind hier keine Androiden unterwegs. Wir haben zwar viele Möglichkeiten, uns zu verstecken, aber... Wenn wir das nicht brauchen, umso besser. Hier ist irgendwo das Speichersymbol. Ich möchte speichern. Ich würde ganz gerne speichern. Hier können wir speichern. Nice. Sehr, sehr schön. Dann versuchen wir jetzt noch einmal... Ach Gott, wie weit ist denn das noch? Das ist noch ziemlich weit. Ne, dann würde ich sagen, machen wir von... Führen wir unsere Flucht von hier im nächsten Stream weiter. Dann würde ich nämlich den Stream jetzt hier beenden. Hm? Dann würde ich mich noch mal sehen.